Nein, so, dann wollen wir mal kurz gucken. Erstmal nehme ich auf, aber ich muss auch... Was will der denn? Warum fährt der mir hinten drauf oder was? So. Ähm. Wollen wir mal gucken hier. Einstellungen. Nee, halt, stopp. Erstmal nehme. Dann nehme ich das... Und, keine Ahnung... Das. So als... German Mike, was ist ein German Mike? Ach, keine Ahnung. Ähm... Wollt ihr nicht auch mitspielen? Ich hab Word nicht drauf. Warum? Weil irgendwie nix mehr lief... Auf dem alten recht, auf dem neuen hab ich's noch nicht drauf gemacht. Ach so. Lalalalalala... 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 So, warte, auf einmal in... Zur Haltestelle laufen, so lange dauert. Normalerweise brauch ich 30 Sekunden, ey. Jetzt brauch ich 10 Minuten dafür, ey. Oh Mann, er wird so hinterher sprinten, ey. Läuft der Auto auf? Läuft der auf der Autobahn neben dir. Lalalalalala... 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 Schatz, was mach ich? Was mach ich? Lalalalalala... 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 Mein Begrenzter ist 340. Lalalalalala... Lalalalalala... Tom... Ach, das ist gar nix. Lalalalalala... Spring dir so... Von auf die Motorhaube rauf, bei 230. Pascal... Ich hab' den Arbus geklaut! Pah! Echt, ey. Junge, das wär' so Hammer. Und dann ist er wie Homer Simpson und wie er den Bart Simpson wirkt. Ja, nur... Du verdammter Kleiner! Warte, du Kleiner! Ja, genau. Nichts mehr. Ja, jawohl. ariosbrechen... So. digamos... Wente. Ja, was sag ich denn. Zu... zum... zum neuen Logo, meine... Ja moin, wo steh ich denn? Ach so. Das war ein Fehler. Ja moin, was denn da los? Ho... ja moin, ey! Ja moin, ey. Ich sollte wirklich mal eine 64-Bit-Version anschaffen. Ich setz noch einen Link rein. Du bist so hart, ey. Du bist so hart, ne? Glaubst du gar nicht.